Zoe, Katalog Nr. 22, ein Stutfohlen aus dem Februar vom Zoom, Dante Veltino und Laurenzio. Zoe ist ein interessantes Stutfohlen in hübscher Aufmachung. Mit genügend Fleiß und Antritt ausgestattet, zeigt sie sich hier in der Bahn. Ihr Vater, der Landbeschäler Zoom, konnte kürzlich seine erste S-Ressort für sich entscheiden. Seine Nachkommen überzeugten 2020 auf den Hengstmärkten verschiedener Verbände und aktuell im ersten Jahrgang unter dem Sattel. Zoe ist ein Stutfohlen, dem für die Zukunft alle Türen offen stehen. Das Grand Prix des Surfertes Pic Papillon ist ein Vertreter dieses Motorstammes. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.